Und Nuklearia, wir haben gerade den Vereinsvorsitzenden auf der Bühne und die stellvertretende Vorsitzende, das bin ich. Mein Name ist Britta Augustin, das ist Rainer Klute. Hallo. Und ja, wir freuen uns, dass das so ein schöner Tag für uns wird, dass wir hier Spaß haben, dass niemand traurig sein muss, weil weltweit gesehen die Kernkraft gewinnt, unsere Kernkraftwerke sind nicht verloren und die Kernkraft kann nach Deutschland zurückkommen. Gar kein Problem. Ja, in Deutschland sieht es natürlich jetzt erstmal so aus wie das Wetter hier. Es ist trübe, die Aussichten sind trübe. In Deutschland ist die Kernenergie los geworden, fast ein paar Stunden laufen die Kernkraftwerke noch, dann ist Schluss. Und dann werden die Kohlekraftwerke noch weiter hochgefahren und noch mehr CO2 und noch mehr Luftschadstoffe werden ausgeschossen. Ja, buh, buh, Bundesregierung, buh, ihr da drüben im Reichstag, ihr das beschlossen. Ja, buh, aber wir geben nicht auf. Die Kernkraft gewinnt. Weltweit ist die Kernenergie auf dem Vormarsch. Unsere Nachbarn in Europa bauen ihre Kernkraftwerke aus, bauen neue Kernkraftwerke. Und Polen steigt sogar ganz frisch in die Kernenergie ein. Super Polen. Viel Erfolg dabei. Und wir, wir in Deutschland, wir sind ja nicht blöd. Okay, natürlich sind wir blöd, weil wir diese Energiewende gemacht haben. Aber wir sind natürlich nicht auf Dauer blöd. Wir müssen nur erstmal ganz feste vor die Wand laufen, uns eine ganz dicke, fette, blutige Nase holen. Und dann rappeln wir uns auf. Dann machen wir weiter. Aber in die andere Richtung, in die richtige Richtung. Deutschland wird wieder neue Kernkraftwerke bauen. Deutschland wird wieder in die Kernenergie einsteigen. Und dann werden wir wirklich zu einem Land, das den Klimawandel bekämpft und zeigt, wie Klimaschutz geht. Wir sind nicht die Ersten, aber wir werden uns denen anschließen, die da jetzt schon Vorreiter sind. Danke, Rainer Klute, Herr Vorsitzender des Nuklearia e.V. Danke, danke, Rainer.